die okay bei mir ist jemand ich verstecke mich eh nein in Wasser ich glaube die Bojo wo ist die Bojo keine ahnung glaube ich schon ich verstecke mich hinter der bolle so ich mache so einfach ich gehe nicht mehr unter die bolle ja geht glaube ich nicht wenn wir gucken wo ich bin die die in der knüpfen gehen ja wenn du willst nein ich habe ich habe hunderttapp hier wieder doch das ist ein anzeige fehler an mir der der Moin, Moin, da muss ich Geld ab! Moin, Moin, da muss ich Geld ab! Der geht nicht kaputt! Ich weiß, sollen sie doch! Die sehen ich doch eh nicht! Es sind überall welche! Ins Haus! Ich liebe dieses Matt! Ich geh hier drauf! Ich geh hier drauf! Und einer, und einer, und einer hier! Oh mein Gott, Ben! Weißt du noch, dein Versteckt von damals, da? Auf diesem Ding! Ich geh hier drauf! Ich weiß! Der hat das Herz, der da! Der ist so? Was? Ey, der Typ hat ne Waffe! Der Zug da hinten! Alles Schwie! Der hat noch Heavy, der hat nen Sniper! Pass auf, der schnappt dich gleich! Ey, ey, guck mal, guck dich das an! Guck dich das an! Alles klar, sie machen ein Foto! No! No! Moin, Ben, wo geht's? Ich hab' ein bisschen Angst! Wie können die fliegen? Ey, ich versteck mich hier hinter! Ich bin doch! Ich bin doch! Sieht mir das! Oder, 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 das wäre... Das wäre... Das wäre... Ja. Das wäre geil, wenn man in die auf die Insel, äh, summen kann! ok es war eine schöne zeit mit euch bei dir war es eine scheiß zeit weißt du ist da vorne jemand ich würde mal noch mal gucken tschüss weißt du meine schwester hat im kindergarten mal versucht ähm mutter weiter kind extrem zu spielen kennst du das extrem die erste extrem edition mit echten kindern dann kommen die ich bin ja die ich weiß wo die sind die sind wir sind da alle diesen garen diesen gale es ist gut dass wir alle uns dafür stecken nicht so es ist so die ist vielleicht nicht verbaut vielleicht ist das immer so mich kann keiner Niemand kriegt mich! Nein, nein, nein! Ich werfe dieses Windrad! Ich bin auf Windrad! Ich bin nur als Kind! Nee. Doch! Ey, Leute! Es war eine schöne Zeit mit euch! Ey, guck mal, guck mal! Guck mal, ich bin hier! Und wenn der kommt, ich gibt den! Alles klar, mach ich! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab ne Nachricht gekriegt, weißt du was? Creed à la colloquée à la blitz! Litz! Äh, hä, hä, hä? Ist das echt so? Wir haben 90 HP, also... Äh, 90 HP? Nein! Es leben, es leben, es lebt nur noch 9! Ist so! Geh, geh, alle auf einen! Alle auf einen! Alle, ne, es sind da doch 3! Ne, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ja einer raum kommen! Geh! Geh! Okay, jemand, wo du... Den Läge, den Legend! Sakkari! 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 Komm, 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 komm! Guck dir an, wie weit ich! Ne, komm, ich kann 3.000... Ne, warte! Oh, ich kann 3.633! Ja, warte! Ich hab hier! Ich hab hier! Okay, hier! 4.292 Meter! Ich hab nur 2, ich hab nur 4.000! Ey, guck mal, wie weit ich bei mir habe! Ich hab nur 0 Meter! Oh, mein Gott! Bisse! Guck mal, Bisse ist ein Schwanz! Ben muss... Ben pisst gerade! Ben bleibt ja genauso stehen! Er pisst! Er ist am Pissen! Ich bleib noch drin, ich hab Schiss! Ich bleib noch drin, ich hab Schiss! Schisser! Dein ist einer! Dein ist einer! Dein ist einer! Und Dein! Alter! Ich bin drin! Ich bin drin, da hab ich da reingesnidet kommen! Ey, ich gucke, ich gucke, ich gucke! Ich kann mir auch gucken! Ja! Also noch 2 Teams! Also ich gucke! Also ich gucke! Nein! Ich kann, ich kann ja perfekt gucken! Ich weiß! Ja! Übertreib! Ich kann jetzt 24 haben, wenn ich keine 19 HP hätte! Hey, nein! Was? Sechs! Sechs! Dich! Wir werden gepumpt! Ey, ich sag nicht! Wir werden dafür gepumpt! Wir werden dafür gepumpt! Wir werden gepumpt! Dich! Dich! Alles klar! Zwölftausend XP! Und der... Oh! Oh! Ne! Er aufsteigt! gut ich steu mal vor das ist so zu klein Digga ich krieg grad die ganze Zeit ein Level-Ups ne obwohl ich nix mache ich krieg tausend ... äh 8000 ... 18.000 XP pro die mir die Sekunde gefühlt ok ich kann auch wenn ich sterbe ich bin ich bin ich bin noch ein bisschen rückzug ich bin noch ein bisschen rückzug ey Leute guck mal wo ich bin aber wo ich bin ich hab den besten Buchstaben dann geh zu ihm dann geh zu ihm dann geh zu ihm ja ich seh die die kämpfen die ganze Zeit Digga die kämpfen übelts die sind 3 auf einen guck mal guck mal da laufen welche Digga und guck da genau vor mir ist einer genau hier ist einer oh äh man kann man kann dingsen was man kann dingsen ähm ich hab grad gesehen wie er vertört hat was ich hab genau ich hab genau gesehen wie er grad gehört hat ne Fischi genau ich hab's genau gesehen da hält sich da hält sich jemand da hält sich jemand also ich bleib hier drin den ganzen Tag jetzt ich geb Pissen ich muss ich muss ich muss ich muss auch richtig Pissen ok ok ich geh kurz ok ich geh ich geh ich geh ich geh ich geh wieder in das Haus schnell dann geh ich pissen bin wir ja da denn wo bist du ich muss auch Pissen gehen ok ich bin gleich wieder da Digga der ist in den Haus wenn da einer reinkommt wo bei ihm Lass ihn in den Fall 100 50 und normal leben 90 90 80 90 ... schau zu dir ich geh hier in den Baum komm und wenn dann jemand kommt Kann ich mich einfach hier unten.. hier unten verstecken wir sind hier drinnen ok 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 ich frage du denkst du denkst du es gibt ne Stadtkarten dann? Nein! Ja aber egal! Oh ja! Geh mal weg! Geh mal weg! Geh weg! Ich geh hier! Digga! Es sind noch acht Gegner! Soll ich mal gucken gehen? West in peace Philip. Er war ein guter Freund. Und du warst ein kleiner. genau? Ja geil! Ok, dann komm ich Bleib, bleib, bleib Du, bleib, bleib Du bist bestimmt auch in den Busch Ich wette diesen auch in Ich wette über dir diesen in diesem Busch Das sind die Letzten Das sind wirklich komplett die Letzten Wenn wir jetzt gewinnen, das ist so krass Stell dir vor, einfach epischer Sieg gratis Epischer Sieg gratis Oh, wir haben alles verlassen Komm, komm, ich lebe nur Rainer Ich lebe nur Rainer Wir haben alle verlassen Wir haben alle verlassen Die könnten im Haus sein oder so Der ist jetzt einfach auf der Karte Wenn er jetzt noch verlässt, das ist so krass Einfach für nichts Einfach um nichts zu machen Ich geh mal in den Haus gucken Ich komm jetzt Ich geh mal in den Haus gucken Komm, er muss das auch noch verlassen Das ist ja geil Der Typ muss verlassen Ich bin DJ wieder DJ ist schnell